Um uns dem Problem der schwankenden Stromverstärkung nochmal zu nähern, hier nochmal ein praktisches Beispiel. Und zwar können wir uns ja überlegen, dass wir sowas bauen wollen wie eine LED-Dimmerschaltung, also nicht eine LED ein- und abschalten, sondern wirklich dimmen können. Dazu brauchen wir eine Spannungsquelle, das könnte ein Ausgang von einem Mikrocontroller sein, ein sogenannter DA-Wandler, der in der Lage ist, nicht nur zwischen 3,3 Volt und 0 Volt hin und her zu schalten, sondern jetzt hier wirklich eine Spannung einzustellen. Da gibt es sowohl fertige Mikrocontroller und Chips, die das können, und für den Raspberry, der hat das nicht an Bord, gäbe es aber theoretisch ein Erweiterungsbord, was das kann. Dann müsst ihr mal gucken nach AD-Wandler-Bords für den Raspberry. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel an diesen Eingang 0 Volt anlege, dann sieht man glaube ich relativ schnell ein, wenn hier 0 Volt liegen, liegt hier Masse, damit ist der Transistor zu, weil kein Basisstrom fließt. Und wenn ich jetzt hier anfange, die Spannung hochzufahren, steigt mein Basisstrom, der Basisstrom wird zum Kollektor hin verstärkt, das heißt, hier fließt ein verstärkter Kollektorstrom. Und dieser Kollektorstrom fließt auch durch die ganzen LEDs und wenn die LEDs jetzt Strom kriegen, dann fangen sie an zu leuchten. Wenn sie jetzt wenig Strom kriegen, dann leuchten sie wenig, wenn sie viel Strom kriegen, leuchten sie viel und das sind jetzt LEDs, die habe ich aus Multisim raus. Die sind so gebaut, dass an ihnen 3,45 Volt abfällt, Flussspannung, wenn ich 20 mA durchschicke. Und man könnte sich jetzt überlegen, dass das vielleicht LEDs sind, die maximal 20 mA abkönnen. Wenn ich 3,3 Volt unten anlege, dann möchte ich gerne, dass hier oben 20 mA fließen, weil 3,3 Volt das Maximum ist, was ich hier erzeugen kann. Gleichzeitig sind die 20 mA das Maximum, was ich hier in Strom haben will. Und in der mittleren Schaltung, das ist jetzt mit dem Standardtransistor, den wir bisher die ganze Zeit schon hatten, habe ich jetzt den Vorwiderstand mal so bestimmt, dass bei 3,3 Volt der entsprechende Basisstrom fließt, um hier die 20 mA Kollektorstrom zu erzeugen. Wenn man hier mal auf Play drückt, dann sieht man, dass das auch einigermaßen gut funktioniert. Wir sehen, hier fließen 19,9 mA, also fast 20 mA, hier fließt ein Basisstrom von ungefähr 67 mA oder 68 mA, wurscht. Wir haben tatsächlich auch eine Basisameter-Spannung von ungefähr 700 mV, also 0,7 Volt. Alles schön, alles gut. Jetzt habe ich die gleiche Schaltung nochmal links und rechts daneben aufgebaut. Und wie man erkennen kann, das ist so wie in dem Beispiel vorhin, ja, links und rechts daneben, da habe ich jetzt nur die Stromverstärkung wieder des Transistors verändert. Wir ändern uns an das Datenblatt, die kann jetzt schwanken zwischen ungefähr 200 und 450 oder sowas. Das heißt, in dem rechten Beispiel habe ich mal die Stromverstärkung deutlich größer gemacht. Wir sehen, es fließen wirklich 33 mA, wie in dem Beispiel vorhin auch. Das heißt, die LEDs werden wieder alle kaputt. Und in dem linken Beispiel fließen bei maximaler Eingangsspannung nur 11 mA. Das würde heißen, diese LEDs links werden so ein bisschen vor sich hin gelimmen, aber die werden halt nicht richtig hell. Beides ist nicht gut. Beides passiert aber, wenn wir diese Schaltung so aufbauen und mit verschiedenen Transistoren, also was heißt mit verschiedenen, mit gleichen Transistoren, gleicher Charge, einfach aufbauen würden, weil die Stromverstärkung eben so krass schwankt. In dem nächsten Schritt gehen wir jetzt hin und ersetzen diesen Vorwiderstand hier. Was heißt ersetzen? Nein, nein, wir verschieben diesen Vorwiderstand von der Basis zum Emeter. Das heißt, diese Vorwiderstände wandern jetzt hier runter. Das führt hingegen zu einem völlig anderen Ergebnis, was ich dann mal in der nächsten Simulation zeigen werde. Und dann werden wir mal analysieren, was da eigentlich passiert. Das Ganze könnte dann wie folgt aussehen. Also wir sehen, die Vorwiderstände, die ursprünglich mal an der Basis waren, sind jetzt an den Emetern gelandet. Was man vielleicht auch noch sieht, ist, die sind deutlich kleiner geworden. Während die vorhin etliche Kiloohm hatten, haben sie jetzt nur noch so um die 130 Ohm, 129. Warum das so ist, gucken wir uns gleich an. Zunächst mal wollen wir gucken, ob das Ganze denn jetzt so funktioniert. Und wenn ich hier einmal auf Play drücke, dann sehen wir, dass an allen Kollektoren nahezu 20 mA fließen. Es ist jetzt immer noch so, dass dieser Transistor hier eine deutlich kleinere Stromverstärkung hat. Der hier hat den Normwert und der hier hat eine deutlich größere Stromverstärkung. Wir sehen aber, dass sich diese Stromverstärkung ganz offensichtlich überhaupt nicht mehr auswirkt. In allen drei Fällen haben wir den gleichen, also nahezu den gleichen Kollektorstrom. Das Einzige, was stark unterschiedlich ist, sind die Basisströme. Also man sieht hier, wir haben ungefähr 40 mA Basisstrom. Hier haben wir ungefähr 70 mA und hier haben wir ungefähr 130 mA. Nochmal zur Erinnerung, der hier hat die größte Stromverstärkung. Damit braucht er den kleinsten Basisstrom, um einen bestimmten Kollektorstrom zu liefern. Der hier liegt im Mittelfeld und der hier hat die kleinste Stromverstärkung. Das heißt, er braucht für die 20 mA Kollektorstrom den größten Basisstrom. Ansonsten funktionieren diese Schaltungen jetzt alle gleich. Was wir jetzt auch erkennen können, ist, dass keine der LEDs überlastet wird und keine dieser Schaltungen fliegt uns um die Ohren. Im nächsten Teil wollen wir uns jetzt mal angucken, woran das denn wo liegt und warum das so schön funktioniert. Dazu hier handschriftlich nochmal die Schaltung auf der rechten Seite. Ich habe oben die LED-Kette mit den sechs LEDs mal abgekürzt mit so einem Pünktchen, Pünktchen dazwischen. Ihr müsst euch da jetzt sechs Stück von vorstellen. Da hatte ich keine Lust, die zu zeichnen. Das erste, was wir noch neu einführen müssen, ist der Emitterstrom. Denn bisher war uns völlig egal, wie viel Strom durch den Emitter rausfließt. Aber jetzt wird das relevant. Und wenn wir uns die Schaltung mal angucken und an die Knotenregel denken, also in einen Knoten muss so viel Strom reinfließen, wie auch wieder rausfließt, ganz umgangssprachlich formuliert, dann können wir uns so einen Transistor als Knoten vorstellen mit drei Anschlüssen. Und dann stellen wir fest, dass sich dieser Emitterstrom zusammensetzt aus dem Basisstrom, der eben durch die Basis reinfließt, und den Kollektorstrom, der eben durch den Kollektor reinfließt. Beide zusammen ergeben jetzt den Emitterstrom. Jetzt können wir auch noch eine Sache machen, die eigentlich, finde ich, ganz naheliegend ist. Und zwar können wir das einfach anders ausdrücken und können hier die Stromverstärkung mal mit einbringen. Wir können nämlich sagen, das ist doch nichts anderes als der Basisstrom. Und den Kollektorstrom schreiben wir jetzt anders hin. Nämlich, den schreiben wir jetzt als Basisstrom mal Stromverstärkung. Und wenn wir das machen, können wir hier sogar noch einen Schritt mehr machen. Wir können nämlich ausklammern und können hier sagen, das ist doch gleich IB mal B plus 1. Das ist schon mal eine, ja, ich sag mal Schreibweise für den Emitterstrom, die manchmal hilft. Die möchte ich nur mal als Randbemerkung hier kurz stehen lassen. Wenn wir uns darüber hinaus nochmal vergegenwärtigen, dass die Stromverstärkung hier durchaus im Bereich von 100 bis irgendwie 400 oder sowas anzusiedeln ist, dann ist vielleicht auch relativ leicht einsichtig, dass die B plus 1, also 100 plus 1 ungefähr, wenn man das Ganze mal nähert, ungefähr 100 ist, beziehungsweise allgemein B ist. Das ist eine Näherung, die sieht ein bisschen eigenartig aus. Also man sagt so viel wie B plus 1 ist gleich B. Soll nur heißen, dass B ist üblicherweise so groß, dass ich die 1 in dieser Gleichung vernachlässigen kann. Wenn ich aber die 1 vernachlässigen kann, dann kann ich noch viel, ja, nicht brachialer runden, aber dann kommt was eigentlich noch viel simpleres raus, nämlich dann kann ich doch sagen, IE ist gleich IB mal B und IB mal B ist doch nichts anderes als IC. Das heißt, wir können in Näherung sagen, IE ist gleich IC. Und weil es eben nur als Näherung gilt, mache ich hier auch sicherheitshalber nochmal diese Schlangenlinien, um wirklich zu sagen, es ist eine Näherung. Diese Näherung geht üblicherweise aber gut. Also wenn wir den Transistor nicht in Sättigung und nicht in Übersteuerung fahren, dann funktioniert diese Näherung eigentlich immer und erzeugt nur kleinste Fehler. Das ist ungefähr so die Kategorie, wie zu sagen, UBE ist konstant 0,7 Volt. Stimmt auch nicht genau, führt aber üblicherweise nicht zu Problemen. Was wollen wir jetzt eigentlich? Wir wollen jetzt eine sogenannte Schaltungsanalyse machen. Eine Schaltungsanalyse funktioniert immer so, dass man so tut, als sei die Schaltung fertig dimensioniert vor einem und man wolle jetzt irgendwelche Größen suchen. Das bedeutet an der Stelle, dass ich die einzelnen verbauten Bauteile kenne. Das heißt, RE ist mir bekannt. Ich kenne die Betriebsspannung UB. Und ich kenne zum Beispiel auch die Stromverstärkung des Transistors. Von der weiß ich vielleicht auch, inwieweit sie schwankt und so weiter. Das ist alles bekannt. Was ich jetzt suche, ist eine Abhängigkeit vom Kollektorstrom von der Eingangsspannung. Das heißt, ich möchte hier sowas raus haben, wie IE ist gleich irgendwas. Und da soll UE drin vorkommen und ansonsten nur diese bekannten Größen hier oben. Und das können wir jetzt mal wie folgt tun. Wir können uns nämlich erstmal Gedanken machen, wie groß ist denn eigentlich der Emitterstrom? Oder wie können wir den anders ausdrücken? Ich starte mal mit dem Emitterstrom. Das ist der Strom, der, wie gesagt, aus dem Emitter rausfließt, hier unten. Und dieser Emitterstrom fließt durch einen Widerstand. Und wenn irgendwas durch einen Widerstand fließt, ist das schon mal schön, weil dann können wir das Ohmsche Gesetz verwenden. Das heißt, wir können folgendes tun. Wir können den Emitterstrom ausdrücken, indem wir hingehen und sagen, das ist die Spannung an dem Emitter, an dem Emitterwiderstand, so, geteilt durch den Emitterwiderstand selbst. Nochmal zur Erinnerung, den RE setzen wir als bekannt voraus. Jetzt haben wir hier allerdings eine Größe, eine neu eingeführte Größe drin, die wir nicht kennen. Das heißt, wir müssten uns jetzt überlegen, wie groß ist denn jetzt eigentlich URE? Oder wie hängt URE denn jetzt ab von unserer Eingangsgröße UE? Und dazu machen wir einen Maschenumlauf, den legen wir hier mal so rein. Und dann stellen wir fest, dass URE nichts anderes ist, als die Eingangsspannung UE minus die Basis-Emitter-Spannung. Und die ist zwar in dem Sinne nicht vorgegeben, aber da haben wir ja gesagt, das sind immer so ungefähr 0,7 Volt. Das heißt, die Größe kenne ich, äh Quatsch, die Größe, von der will ich es abhängig machen, das ist gut. Und die Größe ist konstant und die kenne ich. Und damit habe ich jetzt quasi URE gefunden, in Abhängigkeit von Größen, die ich haben will. Jetzt können wir hingehen und das Ganze in die Gleichung drüber einsetzen. Das heißt, der Emitter-Strom ist nichts anderes als UE minus UBE. Nochmal zur Erinnerung, UE ist die Größe, von der es abhängig sein soll, insofern ist das sowieso schon gut. UBE ist bekannt und fix. RE ist auch bekannt. Das heißt, wir sind fast fertig, nur dass wir bis jetzt den Emitter-Strom ausgerechnet haben und nicht den Kollektor-Strom. Was wir eigentlich suchen, ist den Kollektor-Strom in Abhängigkeit von UE. Und da kommt jetzt diese schöne Näherung zum Einsatz, indem wir hier hingehen können und sagen können, okay, das ist eigentlich IC. Und wenn das so ist, dann schreibe ich das hier nochmal unten hin. So ein bisschen abgesetzt und ausführlicher. Der Kollektor-Strom ist jetzt also nichts anderes als die Eingangsspannung minus die Basis-Emitter-Spannung geteilt durch den Emitter-Widerstand. Und das ist irgendwie ein bisschen ungewöhnlich, denn, vielleicht erkennt man es, da taucht die Stromverstärkung gar nicht auf. Es ist nach dieser Formel völlig egal, wie groß die Stromverstärkung ist. Und ja, so ist es ja ganz offensichtlich auch, denn das haben wir ja genau so simuliert. Der Kollektor-Strom hängt ja quasi gar nicht von der Stromverstärkung ab. Und das ist auch quasi in Formel gegossen nochmal der Grund, warum das Ganze überhaupt funktioniert. Das liegt letztlich daran, dass diese Basis-Emitter-Spannung hier näherungsweise konstant ist. Das Ganze funktioniert allerdings auch dann nur entsprechend, wenn sie näherungsweise konstant ist. Jetzt kann man sich überlegen, dass die ja eben nicht immer 0,7 Volt betragen kann. Das heißt, es gibt hier so Grenzen dieser Näherung. Ich nenne das auch mal so, Grenzen der Näherung. Und zwar dahingehend, dass es zum Beispiel keinen Sinn ergibt, wenn man folgendes tut. Also angenommen, UE sei 0 Volt. Dann würde das dazu führen, dass jetzt nach dieser Näherungsformel, die jetzt ganz offensichtlich Quatsch ist, folgendes passiert, dann ist der Kollektor-Strom nichts anderes als 0 Volt minus UBE. Und wenn wir jetzt behaupten, das seien immer noch 0,7 Volt, dann wird es Quatsch durch RE. Und wenn wir jetzt, ja, dann stimm ich jetzt so etwas wie minus 0,7 Volt durch irgendeinen Widerstand. Das heißt, der Kollektor-Strom wäre plötzlich negativ und würde plötzlich falsch rumfließen. Das kann natürlich alles überhaupt nicht funktionieren. Dementsprechend gilt diese Näherung in dem Bereich nicht mehr. Und dass das alles eben nur eingeschränkt funktioniert, aber ab einem bestimmten Punkt funktioniert, kann man sich jetzt auch nochmal mit Hilfe von Multisim ganz schön angucken. Dazu nochmal zurück zu Multisim. Und hier machen wir jetzt was, was wir eben nicht gemacht haben. Wir haben eben nur gesagt Play und dann hat er hier die Spannungsquelle direkt auf 3,3 Volt eingestellt. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir gucken uns jetzt wirklich das Verhalten der Schaltung an, wenn wir jetzt UE variieren. Und falls ihr euch noch erinnert, das haben wir an früherer Stelle schon mal gemacht. Das hieß hier DC-Wobbeln. Und wir gehen jetzt hin und machen folgendes. Wir variieren jetzt die Quelle UE2 und gucken uns den Kollektor-Strom C2 an. Deswegen nehme ich hier jetzt die Quelle VUE2. Also UE2 ist diese Quelle, davon nehme ich die Spannung, die möchte ich gerne variieren. Und die möchte ich jetzt mal im Bereich von 0 bis 4 Volt variieren. Das ist etwas mehr als jetzt bis 3,3, nur um das prinzipielle Verhalten zu sehen. Und ich nehme wieder 0,1 Volt Schritte, damit die Linie schön aussieht. Ferner möchte ich mir gerne den Kollektor-Strom C2 anzeigen lassen. Deswegen C2, das ist dieser Knoten bzw. Marker und davon den Strom. Und wenn man sich das Ganze anguckt, sieht das dann so aus. Und was wir hier erkennen können, ist, dass in einem gewissen Bereich bei sehr kleinen Eingangsspannungen UE noch nichts passiert. Da steigt der Strom nicht an. Und das ist genau der Bereich, in dem die Näherung schief geht, zu behaupten, UBE wäre 0,7 Volt. Das ist so lange unsinnig, wie die Eingangsspannung nicht merklich größer als 0,7 Volt ist, was irgendwie auch Sinn ergibt. Wir sehen hier, dass wir erstmal eine gewisse Eingangsspannung brauchen. Das sind ungefähr 0,6 Volt, hier 597 Millivolt, bis es überhaupt losgeht. Und wenn wir dann so im Bereich, ich sag jetzt mal 0,8, 0,9 liegen, dann wird das aber auch eine ziemlich exakte Gerade. Das hier ist der Bereich, den wir gerade ausgerechnet haben. Das heißt, wir sehen, dass der Kollektorstrom nahezu linear abhängt von der Eingangsspannung UE. Und das ist ja eigentlich ganz schön. Das heißt, ich kann jetzt mit der Eingangsspannung UE meinen Kollektorstrom steuern und damit sofort auch die Helligkeit meiner LEDs. Ich habe einen LED-Dimmer damit gebaut. Das Schöne an der Sache ist, das Ganze funktioniert jetzt für alle drei Schaltungen gleichermaßen, weil das, wie gesagt, nicht von der Stromverstärkung abhängt. Und das Ganze kann man dann auch nochmal simulieren. Das Ganze muss ich jetzt allerdings ein bisschen tricksen, denn es ist so, dass ich jetzt Multisim nicht beibringen kann, quasi diese drei unabhängigen Spannungsquellen gleichermaßen durchzusimulieren. Ich helfe mir jetzt einfach, indem ich hingehe und mir neue Leitungen ziehe. Das heißt, ich werde gleich die Quelle und die Quelle rauswerfen. Das funktioniert so. Also ich setze mir hier einen Knotenpunkt hin und verbinde den Knotenpunkt hier mit der Basis. Und das Gleiche mache ich jetzt auch hier hinten. Ich gehe also hin und schließe sie quasi alle an die gleiche Spannungsquelle an. Jetzt alle an UE1. Das sieht gerade nicht schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Was ich jetzt tue, ist, ich mache nochmal so ein DC-Wobbeln. Und diesmal variiere ich nicht UE2, weil die hängt jetzt in der Luft. Das funktioniert jetzt nicht mehr, sondern ich nehme jetzt mal UE1. Das ist diese hier. Die variiere ich von 0 bis 4 Volt. Und jetzt zeige ich mir nicht nur den Kollektorstrom C2 an, sondern gleichermaßen auch C1 und C3. Das heißt, die schmeiße ich noch dazu. Simuliere das Ganze und wir sehen, dass wir hier drei Kurven haben, beziehungsweise sehen wir genau genommen nur eine Kurve. Das liegt daran, dass sie so dicht aufeinander liegen, dass sie quasi ununterscheidbar sind. Wenn ich jetzt reinzoome, das mache ich hier gerade, dann sieht man, dass sie so leicht nebeneinander liegen. Das liegt wieder daran, dass UBE eben nicht konstant ist, sondern UBE abhängt von IB. IB wiederum hängt aber dann doch ab von der Stromverstärkung und deswegen sehen wir hier so ganz leichte Unterschiede. Aber so im Wesentlichen funktioniert das alles hier sehr gut. Dementsprechend haben wir jetzt durch den Emitterwiderstand es geschafft, den Kollektorstrom zu stabilisieren und eben dafür zu sorgen, dass der Kollektorstrom nicht mehr abhängig ist von der Stromverstärkung, beziehungsweise nicht mehr so stark. Das Ganze haben wir erreicht, indem wir einen Emitterwiderstand eingebaut haben. Und durch diesen Emitterwiderstand war es uns eben möglich, eine Arbeitspunktstabilisierung, nennt sich das dann, vorzunehmen. Das Ganze basiert ein bisschen darauf, dass dieser Emitterstrom hier dafür sorgt, dass wenn er zu groß wird, die Spannung an UBE kleiner wird. Wenn aber die kleiner wird, der Basisstrom kleiner wird und damit auch der Kollektorstrom wieder kleiner wird. Das ist quasi der Regelkreis, der dahinter steht. Und weil das ein bisschen von dem Strom abhängt, also von dem Emitterstrom, heißt das Ganze auch Stromgegenkopplung. Wenn ihr also diesen Begriff mal eingebt bei Wiki oder Google, dann findet ihr da auf jeden Fall was drunter. Und das ist letztlich das, was dahinter steht. Zu guter Letzt und zum Abschluss können wir jetzt nochmal hingehen und hier den Vorwiderstand für unser Beispiel berechnen. Nochmal zur Erinnerung. Der maximale Kollektorstrom, der fließen sollte, der sollte 20 mA betragen und das Ganze sollte stattfinden bei einer Eingangsspannung von 3,3 Volt. Und mehr braucht man eigentlich auch nicht, um den M-Widerstand auszurechnen, denn wir nehmen jetzt einfach diese Formel hier und bauen die um nach RE. Formen die um nach RE, das sähe dann so aus. RE ist gleich. Und da nehmen wir jetzt gleich die Werte für den maximalen Strom. Also wäre UE-Max, das sind 3,3 Volt minus UPE, 0,7 und teilen das durch den Kollektorstrom IC und davon den maximalen, das wären dann gleich 20 mA, IC-Max. Und wenn wir das Ganze jetzt ausrechnen und uns nochmal auf den letzten Zentimetern etwas Platz schaffen, dann stünde jetzt hier sowas wie 3,3 Volt minus 0,7 Volt. Das sind 2,6 Volt geteilt durch 20 mA. Und 2,6 Volt durch 20 mA sind 130 Ohm. Und das war ungefähr der Widerstand, den wir auch vorher eingestellt hatten. Ich hatte da 129 Ohm genommen, weil ich das nochmal nachjustiert habe. Das heißt, diese Näherung mit den 0,7 passt nicht hundertprozentig, aber ob wir jetzt 129 oder 130 Ohm ausrechnen, ist insofern völlig egal, als dass wir uns sowieso hinterher an die E-Reihen halten müssen und da gucken müssen, was ist eigentlich da. Das Ganze funktioniert wunderbar.